So und herzlich willkommen jetzt auch noch mal von meiner Seite. Ich habe jetzt das Aufnahmeprogramm angemacht. Was ist denn hier los? Wer lebt denn noch? Ah, ist ja schön. Wie wir es im Gicht leben. Und der Trader war ein paar? Äh, ja der ist nicht vor uns. Der kommt jetzt hoch. Gut, dann soll er mucken. Na toll. Hier, jetzt habt ihr ihn echt verwirrt. Eigentlich ist er doch jetzt Trader. Ne, ne, ne Runde. Es hat nicht so ganz geklappt. Warte, den darf es. War bei mir ein... Na ja. Oh, ich habe keine Muni. Jawoll, nice. Da habe ich noch Feuer schaffen. X hat die Feuerball-Skills. Richtiger Feuerball-Junge. Richtiger Feuerball-Junge. It's me, Mario. Ja. Ah, da kriegst du, hast du gemerkt, dass ich den Flopper verwendet habe. War ganz unauffällig. Ja, eigentlich wollte ich erst meinen Trick verwenden. Nicht? Ich habe mir, ich habe bei dieser Hebelbühne anguckt, was die Hand macht. Also ist ja quasi gestoppt. Streicheln. Ich wollte dich streicheln, aber... Lach mir so nachher kommen. Hättest du mal gemacht. Hättest du Pummel gekriegt. Das wäre noch nicht mal random gewesen, wenn ich wirklich so gestanden habe. Also beziehungsweise mal ne... Ja, wäre echt nicht random gewesen. Es kommt darauf an, also eigentlich shoppen ja schon nicht so, aber... Ja, shoppen ist schon ne Art von... Ja, aber ich finde, so normales Rumstehen passiert auch so schon mal. Ne, aber wenn es halt so... Ja, wenn es halt so... Ja, wenn es halt so... Beiaktiven... Ah, wenn es halt so... Das war lustig, ne? Hahaha. Dann lache ich richtig gerade. Oder an so prominenten Stellen. Dann ist das natürlich... So, ich nehme jetzt hier das Ding jetzt auf zu... Supoptimal. Ich bewege mich jetzt nicht. Hallo, Wann war... Hä? Wat? Wat? Ja, hier ist gar nicht immer nötig. Das war lang. Oh, da hat jemand getrunken. Ich weiß nicht, welche schizophren Einstellung du hast. Da hat er dir her, Andi. Der ist auf dem Kach. Ich hab Gott... Ich hab Giech beim Baden zugeguckt. Wieso? Hat... Ist Alkohol? Hm? Nicht den Alkohol, du Baden. So zum reichen ich dann doch nicht. Ich hab dich gehört. Wurst, 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 Wurst. Wurst, Wurst, Wurst. Wurst, 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 Wurst. Wurst hat einen Floppa... Er ist wunder gefallen. Ey, das ist voll der Flop, finde ich. Der ist ab dem Mitteldach drauf, da. Was für ein Mitteldach. Der ist unten in die Halle 3 reingelaufen. Ja, wo du vorhin... Ey, ist die Halle in Westfalen oder in der Saale? Er ist unten in die Halle 3 reingelaufen. Äh... Halle Mittelsinn ist der. Ich fand den witzig. Den hab ich schon mal gewusst. Der ist... Hä? Der ist da in der Halle drin. Aber Goom ist doch Detective. Ja. Nein! Hä? Ach so. Ah, dann war es... Also Weebles. Ja, ich hab den gerade getötet. Ich, ähm... Identifiere... Ach du Scheiße. Was denn? Warte mal, wo bist du denn? Ich wär fast gestorben. Ich bin hier am, äh... Himmel. Quatsch. Ja, am Himmel. Warte. Hä? Da ist extra... Alles in Ordnung bei dir? Ach, da ist Gicht. Genau, den hab ich getötet. Mit der... Den hast du getötet. Ja, mit der Tar 21. Hä, warte mal, ist der nicht... Gicht? Hä? Ne, nicht Gicht. Grievous. Der liegt aber hier. Ja, genau. Und ich war da oben aufm Balkon. Na klar. Müsste die Waffe sein, die ich da... Ja. Ich kann dir auch nochmal reingucken, wenn du willst. Wir holen mal die andere Leiche noch. Äh, die Echse? Leiche? Mhm. Kann ich für dich holen. Obwohl, die können wir eh verbrennen. Ja. Ja. Na da unten ist Andi, der Traitor. Pass auf, nicht zeigen, nicht zeigen. Andi, der Traitor. Ich will sagen, wann war ist es aber. Hm. Ach, Andi. Was denn? Ich hab zwei Weg gemacht. Das machst du offensichtlich. Oh, ich hab's aber gehört, ich war direkt in Etage 100 jetzt. Ja, ich weiß. Das macht mir egal. Du, du sahst da genau so in der dunklen Ecke, bis ich mir da hab ich überhaupt nicht gesehen. Hehehehe. 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 Das war voll... Voll die dreckige Lache raus. Hehehehe. Hehehehe. Muhahaha. Hehehehe. Das war... Das war ne nervliche Lache. Ja, das war Wanwar. Das war die Kevin-Lache. Das war das war die Wanwar-Lache. Das ist ja ein Fließband hier und das fährt hier sogar. Ja. Ach ne. Also... Ne, das fährt nur... Das bewegt sich so nicht, aber das fährt. Wer hat das Fließband erfunden? Ja, okay. Ein Wort. Erinnere dich vor? Oh, toll. Ja. Der Herr Fließband. Das ist falsch. Hehehehe. Aber okay. Wieso ist das denn falsch? Er hat die Fließband-Fertigung. Ja, okay, das... Ja, okay. Aber das Fließband wurde... Fließband nicht. Ja, ja, da, da. Das... Ja, okay. Ja, okay. Okay. Lass mich mich trauen. Wann war, kannst du mir bitte ganz kurz den Sound-Effekt einfügen? Welchen? Halt's Maul. Äh, warte. Halt dein Maul! Ja. Ich will, dass das rausgeschnitten wird, ja. Ich nicht. Du hast keine Rechte an deiner Stimmung. Doch. So wie Nico, wenn sie an seiner... Ne, ich weiß ja nicht Nico. Wie heißt du da? Was ist denn das überhaupt für ein Ding hier? Ach, das ist X. Ja, ich bin das, ich bin ein Feuermagier. Oh, Kiki-Afro ist dein Gruppo. Oh... Wann war... Ich bin ein Feuermagier. Du bist Feuermagier- Ach, du hast das Ding au... Ach, das geht ab... Ahhhhhhhh. Oh, da hat Snip-Wer? Ach du Scheiße. Wo ist Wesley? Der, wer auch immer gesnipet hat, der ist der Traitor. Äh, Andi hat gesnipet, ich hab ihn dann erschossen. Ich hab ihn nämlich beobachtet. Ah, ja und dann... Eih, wo ist denn die Leiche? Sie ist da drüben auf dem Dach. Warte, da. Ja genau. Er wollte das Explisionsdach. Zum... Wir hatten defibrilliert schon mit dabei, oooohh Attentate auf mich funktionieren nicht Nee, nicht, wenn ich daneben stehe Nee, dann besonders nicht Aber er hatte sonst keine Punkte mehr Schade Ich könnte ihn jetzt natürlich wiederbeleben, aber das mache ich jetzt nicht Just for fun, er hat einen defi Könntest du ja nicht noch einen Punkt bekommen? Wenn du ihn wiederbelebt sind würdest? Ey, das Neib Ach, kann man denn hier raus? Nee, ich habe nur einmal geschossen Ach, das ist... Mal probieren wollte er mich, dass dieses Glas fassen Um ist da oben Dann ist es wann war? Da steht irgendeiner dort Gicht, bist du da drinnen? Ja, das bin ich hier drinnen Hallo Ja, ich dachte, dass ich hier rauskomme, aber hier kommt man nicht raus Nee, ich Wer schießt da? Wann war? Ja, ja Gicht hat nur gegen das Glas geschossen, aber es ausmacht Alles cool, ja Kommt man da... äh, zieh nicht in meine Richtung, Groom Nee, hier kommt man nicht raus Also ich hatte gerade so ne... Wie kommst du denn hier rein, jetzt? Ich? Das ist wahrscheinlich eine Leitung Oh, Mann, ich gehe in meine Richtung Du musst, wenn du da vorne gehst Das ist alles gemein, dann tut es mir leid, ich belebe mich wieder Warte Was ist Gicht oder Wanma? Gicht oder Wanma? Wo muss ich mich da hole? Also... Ja, Wannma war aber gerade in der Halle drinnen Ja, Gicht auch Genau, so kommst du auch Gicht schießt auf mich Gicht ist es Ja, das ist da unten drinnen Ja, das ist da unten drinnen So Hexe, wo bist du? Hab Groom wiederbelebt dort Oh Der Gicht ist da hier unten drinnen Oh, der hat mir einen Hex gestartet Wo? Ja, hier unten drinnen Unter dir? Ja, irgendwie da in der Richtung Oh Die versuchen da jetzt raus zu fliegen, aber da kommen sie nicht raus Warte Ich schieß Feuer dahin In meine Richtung? Nee, da unten Oh, der hat einen Bulldozer auch Oh, ich glaub der kommt, der kommt hoch zu dir, glaub ich Kann er probieren Groom, lebst du noch? Ach ja, der darf ja nicht reden, oh mein Gott Oh, da fliegen fast zu dir hoch Das ist Andi, glaub ich Man fies dich Bist du immer noch da oben? Ich bin noch da oben Bleibt denn der dann? Hm Okay Oh, da drin fliegen mehr Wow Ah, das ist cool Wow Der steht immer noch Der steht immer noch da drin und schießt irgendwo rum, aber der kann dann nicht durchschießen Oh nein Oh mein Gott, Grievous Oh nein Du bist jetzt nicht echt runtergefallen Nein Komm raus, geh ich Komm raus Ach man Schießt jetzt seine eigenen Man-Hacks an! Jawoll! Aber wir sind ja die ganze Zeit drin geblieben Aber seit wann greifen denn die Man-Hacks den Twitter an? Ja, deswegen, das hab ich mir nicht geändert, ich dachte jetzt echt... Jetzt sind die greifen normalen Traders hier an. Doch, doch, die haben mich nicht angegriffen. Die haben mir keinen Schaden, aber das hab ich erst später gemerkt. Achso, ja. Die kamen so auf mich zugeflogen, weißt du, ich dachte so, okay, machen die mir jetzt doch Schaden, dann geh ich dann mal lieber weg. Ich hab mich schon gewundert, ballert der jetzt seinen eigenen Man-Hex. Ja, die haben mich ja auch angegriffen, die Arsch. Aber haben die keinen Damage gemacht. Ja, das hab ich aber auch erst später gemerkt. Also alle tot rum. Ja. Puff. Die Taktik war gar nicht so schlecht. Nur, dass du halt die anderen Leute töten hast. Gut, dass Andi ein Defi dabei hat, sonst hätte ich Goom nicht wiederbeleben können. Fein gemacht, Andi. Ja, schön, hä? Ganz klar. Ja, der hat er prima gemacht. Braucht Munition. Können wir nicht mal die Negev einfügen, ey, der ist super geil. Ne, einfügen, hallo. Hallo, Grievous. Du brauchst doch, ich brauch andere Waffe. Was? Wie sieht denn jetzt eigentlich dieser komische, was weiß ich was, dieser Double... Habe ich auch schon gesucht. Was, Double Wabble? Oh. Ah, Fire Magic. Weiß Muni. Fire Magic? Ja, Feuer Magie. Damit kannst du mit R, äh, mit R kannst du höher springen und wenn du, bevor du R drückst, noch die normale Sprungdasse drückst, kommst du noch höher. Dann, achso. Ich war eigentlich noch nie auf dem Dach, was ist da eigentlich? Wie? Auf welchem Dach? Auf dem, wo du bist, Exo. Oh! Weil, sagtest du nicht irgendwie hier mit dem Muni oder so? Ne, auf dem anderen Dach. Ja, ich seh's grad. Ja, ich seh's grad. Ja, du hast vorhin gebrannt, deswegen. Ja, ja, okay. Da hinten auf dem anderen Dach ist Boom, ich weiß noch nicht, wie man da hochkommt. Ah! Ey, Vanva? Ja? Disco? Ne. Oh, Vanva rollt mich hoch in der Disco, der ist wundervoll. Vanva. Rücken. Fuck. Was heißt jetzt fuck? Andi hast du grad nachgeladen? Ne. Keiner in die nachgeladen, ich brauche nicht zu viel Munition dafür. Vanva ist weg. Äh, Vanva ist Traitor. Wo ist er hin? Da fallen Waffen von dem Dach. Nicht ist der nicht? Ja. Hallo Andi. Ja! Andi? Oh, ja, bin da. Das kann man nicht kaputt machen. Da schießt er, ach so. Ah, ich werd ange... Hm. Die Frage, ist es Grievous oder ist es Goom? Ja, Goom ist wohl tot und Grievous wahrscheinlich dann auch. Dann willst du es noch. Den Goom? Ne, Grievous ist da oben auf dem Dach. Ja, tot. Ne, oder ist das nicht? Nein, der tut dort mit Leichen rumspielen. Ja, lass mich doch. Da ist gerade eine Runde gefallen. Ich... Ach! Grievous, du Ratte! Grievous, du Ratte! Ah fuck, sind das wie Feuerbälle! Grüße, es ist auf dem Dach! Brenne! Das ist so arschig von dir, Junge. Die kann man doch gar nicht hochschmeißen. Das ist schade. Ne, da schmeißt die runter. Ja, ich hab auch welche. Was? Da sind keine Traitor-Waffen? Nein, das ist eine Traitor-und-Detektiv-Waffe. Aber ich kann ihn nicht da hochschmeißen, weil... Schön! Das ist... Ich stehe ja ganz oben auf dem Dach. Ja, sicher. Da bleib ich ihn drinnen. Das ist halt ein kleiner Protoklaus. Ich hab ihn zweimal getroffen, glaube ich. Aber das reicht ja nicht aus, bei dem... Das ist richtig. Immer noch auf dem Dach. Alter, ist das dunkel. Komm her! Komm her! Bridget! Getroffen! Jacket! challenging.. 14 ... Die Korrelasche. Wo? Wo? Alter, du musst von meinem Haus umstellen, Alter. Mit meiner Maus nicht klar. Bleib du mal da draußen. Oh, ich brenne das nicht hier rein. Ne, brenn's nicht hier. Sind sie schon alle tot? Gumbaya, mein Klee, Gumbaya. Gumbaya, mein Klee, Gumbaya. Gumbaya, mein Klee, Gumbaya. Oh, Klee, Gumbaya. Ach, ich werde immer irgendwie... Ich kriege immer so Lagerfeuer, um ein wenig zu klicken Feuer zu sehen. Fuck. Kommt das noch in einer anderen heute überhaupt? Ich meine... Wehe als... Johannes vielleicht noch... Wo ist denn Nico? Nico ist bestimmt wieder eingepennt. PC. Ja, ne? Achso, ja stimmt. Achso, das müssen wir doch mal sagen. Haben wir ja erst dreimal oder so. Ja sag ich... Es ging um Nico, da hab ich mich nicht mehr dafür interessiert dann auf immer. Ist es ja. Ich meine, Nico hat auch Probleme. Wann war... Und wer von ihnen tot ist jetzt noch? Und wer ist nicht tot? Also, laut meiner hast du noch 10 Sekunden, aber das klappt ja nicht. Laut meiner hab ich 5. Hä? Dann danke für den... Hä? Diese haben jetzt 2... Ich check diese Uhr nicht. Laut meiner habt ihr 2. Ja jetzt auch. Ja, du hast... Du siehst doch die Richt... Also, du siehst doch die Richtige als Trader. Ja, aber gerade hatte ich 5 Sekunden und jetzt wieder 2. Als Toter sieht man auch die Richtige. Ja, das ist Haste Mode jetzt. Ja, das weiß ich. Aber ich bin ja nicht tot. Bei mir steht jetzt Haste Mode Overtime. Die Haste Mode Overtime sind 2 Minuten, weil halt... Demnach viele Leute gestorben sind. 20... 20 Sekunden pro Kill nicht irgendwie viel sind das. 30. 30 Sekunden. 30 Sekunden. Mh... Der Regeln. Der Regeln. Wenn ich eigentlich den jetzt mache, siehst du das? Ja, natürlich. Pfff... Wann war... Also, so viele Möglichkeiten gibt es dann nicht mehr. Wer war? Er hat die ganze Zeit nur eine. Hehm... Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu... Let's... Fack wann war. Let's such! Meinst du wohl? Let's... Für dir wann war. Let's fetz. Let's... Let's... Let's Grievous. No. Let's fetz die... Let's fetz die... Let's fetz die... Ich war ja doch... In der heutigen Episode... Wann war... Ein Kevin, der es nicht hinbekommt... Das hinzukommen. Ende. Naja, ich bin ja nur da. Eben, denkst du schon. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin jetzt ehrlich, ich würde sagen... Bei der dünnen Story... Da reicht's die für eine zweite Stafel. Ach man war... Kevin... Ist das Ringen? Ne. Ringen. Springen. Ringen. Einfach runterspringen. Oh. Da runter. Ist falsch. Wer ist das? Das ist der nicht. Falsch. Falsch. Oh. Fünf Sekunden vor Ende. Ja. Falsch. 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 Es war doch klar, dass er hier drin ist. Weil ihr die ganze Zeit hier in dem Gebäude wart. Und wie bist du auch... Der war... Na ja eigentlich nicht. Weder wüsste ich, dass er da war... Ist... Der Chemiestudent... Er war doch die ganze Zeit neben dir. Der kippt bloß irgendwelches Zeck zusammen. Er grüß war die ganze Zeit neben dir. Ja, der war auf dem Dach neben mir. Ja, ich dachte, er würde weggesnipern oder so dann. Ja, er ist halt tot. Ich bin runtergegangen. Ich habe in meiner Sicht nicht mitbekommen, wo er starb. Ja, hab mal gemerkt. Ja. War nur ganz leicht. Aber du hast doch kein... Ah, egal. Ich hatte kein Radar, genau. Das ist aber auch zu schade gewesen. Ich habe nichts über Radar gesagt, aber egal. Es ist leidlich, kann man jetzt... Als Indoor kann man nicht das Radar aufheben. Radar? Wird in die Pfeil gelassen? Ja, deswegen ja. Tötet Wanda. Er ist detektiv. Es geht schon los. Dann töte ich die Leute heute, die hier reinkommen. Da steckt Kuhn, da ist Echse. Warte. Grievous? Ja. Komm mal her, pass mal bitte auf mich auf. Ich muss eben schreiben. Warum soll ich dir trauen? Keine Ahnung, ich stehe hier rum. Guck einfach, dass mich niemand wegsnipe. Ja toll, wie soll ich darauf achten? Schmeiß dich in die Schussbahn. Ja. Du könntest ja ahnen, woher der Schuss kommt. Wird er gehen? Mit einem Metalldetektor. Ja. Leute, ich wurde... Was ist das nack? Andi, ist Andi gerade totgefallen? Nein, Gumm. Mit was? Hä? Du hast Teleport-Gun. Ich wollte den Teleport-Gun ausprobieren. So, da kannst du ja jetzt die goldene Beagle an mir austesten. Da wird seine Leiche. Oh Mann, Teleport-Gun und ihn hoch teleportiert. Nein, ich bin über dir. Der war doch schon da der Leiche. Ja, ja, ich weiß aber... Grievous solltest du ihn nicht beschützen und du hast es nicht gemacht. Ja doch, in dem Moment, wo er es wollte schon. Wie gesagt, jetzt kannst du ja die goldene Dings da an mir testen. Oh, ich hab jetzt das Smoke-Grenade da hochgeworfen. Oh Grievous, den immer noch. Hex, ich trau den nicht. Oh, da ist wieder jemand runtergefallen. Ich mach Festerentschaft. Oh, da schießt jemand. Fuck. Gicht? Alter, was ist mit der... Alter los. Der Gicht hat gerade auf Wann war geschossen. Ja, ne, 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 ne. Gicht war das nicht, das war jemand von da unten. Ich glaub das Exe geschossen. Das war jemand von da unten. Also ich hab 100 Lebenspunkte. Ich bin's grad nicht. Würde ich aufzumachen leider. Ey, was wirst du da? Ich verschwinde mal Gicht, ne. Ja, geh mal du weg da. Ja, ja. Bevor ihr mich jetzt umbringt, ich will jetzt grad mal was testen. Ich will testen, ob er dann ein Plasma ganz hochwerfen kann. Geh da mal weg. Geh da weg. Es gilt 100 Pro nicht, aber ich wollt's mal austesten. Wenn das die Range hat wie der... Ne, ging nicht. Diese Fireball-Ding, dann... Ne, halt etwa dieselbe Range schon eigentlich. Alter, erstmal hier hochkommt. Ist die Treppe da in dem Haus? Ist die eigentlich von Wurzela, die, äh, des Mods? Fuck, fuck! Wann war, oder? Ich bin hier unten mit ner MP7. Gryvis, bist du auf dem Dach? Ne, ich bin auf dem Dach. Beweg dich mal so, dass ich dich sehen kann. Hast du Shotgun? Ja, dann, dann ist es Gryvis. Oder die hat einer Shotgun. Ich glaub, es ist Gicht. Oder wann war. Oder Gryvis. Gryvis hat ne... Hat keine Shotgun. Achso. Dann hab ich die Stimme mit Gicht verwechselt. Hier, hier unten, hier unten. Shotgun hier drin. Ohohoho. Kommt der Weihnachtsmann? Wow! Fuck! Geht das? Das gibt's nicht. Nein, das sieht falsch aus. Nö. Alle tot. Geht das Spiel wieder los. Ich hab mal ne Idee. Ich fand's schön, dass mein Teleportgang so gut funktioniert hat. Kurze Frage, wann war letzte Runde? Ähm, ja. Eigentlich können wir RTV eingeben. Wo ist denn das nochmal meine Idee? Ähm, da. Oh, ich wusste. Ich wusste. Ich wusste. Obwohl ich's nicht wusste, aber egal. Was treibst du daran, war? Jetzt mal ehrlich. Ich, ich suche einen Raum. Ey. Das ist Leichenschändung. Genug Räume. Leichenschändung wäre das hier. Ich glaube, der Raum ist nicht in diesem Haus. Ist doch total egal. Wo ich gleich... Nee. Nee, ich hab ja ne Idee. So weiter. Das Mütter versteckt eure Kinder. Bamba hat Ideen. Das könnte allerdings auch funktionieren. Na. Na. Ach komm schon. Oh Mann ey. Wieso bist du so fett? Ich muss es ausholen. Ey. Ja wär's denn leichter, könnte ich dich besser hochwerfen. Ich zeig dich an, wenn du das nochmal sagst. Bring und wirf's rüber. Ach du Scheiße. Was sah das denn? Scheiße, dass das nicht durch den Zaun durchgeht, wa? Da muss ich glatten Apfel essen. Ein Pferdeapfel. Versteht sich. Ja ja, im grünen. Wie kann man nochmal Leute an die Wand hängen? Das kann man nur straighter. Ach komm schon. Ja, ja, ja. Da ist ja immer unten. Ist straighter mit Linksklick. Dann leg ich die Ideen. Dann hab ich zumindest eine Art Follow. Ahoi, Kirste. Ach Leute. Bin alleine. Ich hab ganz große Arme. Oh, da kommt er. Scheiße, da hat der genau in dem Moment tatsächlich geklickt. Nein! Du hast durch die Wand gekocht. Du warst so gut. Aber du warst nicht gut genug. Was ist denn das hier? Hatten wir schon mal? Ja, hab ich nicht runtergeladen. Können wir knicken. Äh, was kann man sagen? Hier ist eine neue Map. Von dem ist keine neue. Kakariko! Kakariko! Ik ist die schlimmste Map. Kakariko! Ik ist geil. Erstmal Cut machen. Ey, warte, nein. Ja! Nein, die schlimmste Map ist die mir da. Ich würde sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.